Guten Tag, es ist der 24.10 Uhr, gestern habe ich ein Bäschen gefahren, ich glaube 2000 Meter und heute bin ich hier in einem Naturschutzgebiet und das Bäschen ist glaube ich ein bisschen höher, 2,5 Meter. Aber sie haben gemeint, es sollte schon gehen, es hat zwar Schnee auf der Strasse, aber ich soll ruhig gehen. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ich weiss nicht, ob ich da schon zuoberst bin oder ob es dann noch höher geht. Auf jeden Fall, Schnee wäre etwas Neues. Jetzt bin ich von dieser Seite her hochgekommen, dort aus dem Nebel heraus, so unterstunden. Und jetzt stand ich hier oben natürlich. Ja, wieder super schön, es ist natürlich kein Sao hier oben. Ich meine, man muss ja schon ein bisschen Seufel machen und ein bisschen schauen, dass nichts passiert. Ja, ich glaube viel später könnte man dann das Bäschen auch nicht fahren. Ja, das habe ich euch heute zappen heute am Morgen. Es ist erst etwa 10 Uhr oder so, weil ich habe mein Zelt gar nicht zusammenpacken heute. Weil ich da beim Parkwächter von dem Nationalpark, der mich gestern gestoppt hat an den Schranken, habe durften im Hütchen mit ihm übernachten und ein bisschen Wein geügelen. Ja, Verständigen haben wir uns nicht können. Aber ja, es hat gut getan, in einer warmen Stube zu schlafen. Weil auch jetzt hier oben hat es im Moment eineinhalb Grad. Und ja, es wird langsam frisch. Also dann, schönes Tag wünsche ich. Adieu.